Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen Personalwechsel bei der Post, ein Fonds, mit dem ihr neuerdings die Klimakleber mitfinanziert und schwache Aufträge bei TeamViewer. Im Thema des Tages verraten wir euch die Fed-Erfolgsformel für 14% Kursgewinn und in der AAA-Day erklären wir, wie ihr auf den Absturz der Weltwährung Dollar spekuliert. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Donnerstag, der 4. Mai. Und wir wünschen euch einen galaktischen Start in den Tag. Denn heute ist ja Star Wars Day. May the force be with you. Und gestern war die Macht auch mit dem DAX. Denn der hat sich nach oben geackert. Und noch vor der Vorankündigung des US-Zinsentscheids ging er bei 15.815 Punkten 0,6 Prozent höher aus dem Handel. Und als dann das Votum der Fed draußen war, der Leitzins steigt auf 5 bis 5,25 Prozent, nämlich um 0,25 Prozentpunkte, da sprang die Kurse auch an der Wall Street kräftig nach oben. Die Bullen feierten das Ende des Zinserhöhungszyklus. Denn es kram so ein bisschen durch, dass es der letzte Zinsschritt sein könnte. Doch, die Bären, die hielten irgendwie dagegen. Und haben dann in der letzten Handelsstunde nochmal für Ärger gesorgt und haben gesagt, nee, die Notenbank hat sich doch eine Hintertür für künftige Erhöhungen offen gelassen. Am Ende dann, ja, gewannen die Bären. Und es stand leicht im Minuszeichen da. Der S&P ging bei 4.091 Punkten aus dem Handel 0,7 Prozent schwächer. Und danach ist der Composite Schloss bei 12.025 Punkten. Das ist 0,5 Prozent leichter. Und zur Leitzinsentscheidung und vor allen Dingen den Chancen für Aktien gibt es gleich noch das Thema des Tages. Aber erst mal noch ein paar wenige Kursbewegungen von gestern. Die Lufthansa verlor 2 Prozent. Bei der Airline da überschattet ein Gewinneinbruch im Frachtbereich die fortgesetzte Erholung, die der Konzern bei der Flugnachfrage von Sommerurlaubern verzeichnet. Aber angesichts weltweit sinkender Frachtraten und angesichts der Normalisierung der Lieferketten sackte der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern bei Lufthansa Cargo im ersten Quartal auf 151 Millionen Euro ab, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Vor einem Jahr hatte der Gewinn wegen der damals viel höheren Frachtraten noch bei 495 Millionen Euro gelegen. TeamViewer brachen sogar um 10 Prozent ein. Bei den Quartalszahlen, da hatten vor allen Dingen die Billings enttäuscht. Sie wurden als wichtigste Kennzahl des IT-Dienstleisters schwächer gewertet. Die Deutsche Bank und die Commerzbank, die schlossen mit leichten Verlusten, starke Geschäftszahlen und ein erhöhter Ausblick des italienischen Konkurrenten Unicredit konnten vor dem US-Zinsentscheid nicht in steigende Kurse umgemünzt werden. Und Deutsche Post, ich glaube die Aktien haben wir beide, lieber Eckhardt, oder? Die gewann nach Quartalszahlen gut ein Prozent und dabei hat der gelbe Riese auch über rückläufige Umsätze und deutliche Gewinnrückgänge berichten müssen. Aber eben die Konsenserwartung übertroffen und auf die Erwartungen kommt es ja letztlich an den Börsen an. Und auch da war wieder dieses Frachtgeschäft, wir haben es bei der Lufthansa eben schon gehört, der Grund, warum da irgendwie es nicht mehr so rund läuft. Und auch beim operativen Gewinn, da war im deutschen Brief- und Paketsegment war die Tarifverhandlung und die drohenden Streikausweitung, die schmälerten da Umsatz und EBIT. Und wenn man die Zahlen konkret anguckt, der Umsatz sank um gut sieben Prozent auf 20,9 Milliarden. Und der relative Gewinn, der fiel sogar um ein Viertel auf 1,64 Milliarden Euro. Das ist also keine goldgerenderte Abschlussbilanz, die der Postchef Appel auf seiner HV vorstellen wird. Und er wird ja heute abdrehen bzw. den Staffelstab an seinen Nachfolger übergeben. Und die Performance von Appel, die kann sich aber durchaus sehen lassen. Seit Amtsantritt im Februar 2008 konnten Postaktionäre insgesamt 246 Prozent machen. Dabei stammten 92 Prozent aus Kursgewinn und sogar der überwiegende Teil nämlich 154 Prozent aus Dividenden. Und das macht dann eine annualisierte Rendite, also eine jährliche Rendite umgerechnet von 8,5 Prozent. Und der DAX hat im gleichen Zeitraum nur 5,5 Prozent gewonnen. Und als Rheinländer, da bekommt Appel sicherlich das Abschiedslied für alle Rheinländer. Trude, Herr, niemals geht man so ganz. Irgendwas von dir bleibt hier. Jeder kennt das wahrscheinlich, wer in Rheinland lebt. Eckart, du wahrscheinlich nicht als Saarländer, das geht so. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von dir bleibt hier. Aber man muss sagen, von Appel bleibt gar nicht so viel bei der Post. Während nämlich immer normale Manager dann in den Aufsichtsrat wechseln und noch ein bisschen so den Altersruhestand da feiern, hat er angekündigt, nicht in den Aufsichtsrat zu wechseln, wie das andere Manager tun. Schön, dass du nicht noch weitergesogen hast, Chabitz. Davon hätte sich der Podcast nicht mehr erholt. Aber der designierte neue Chef der Post... Nur weil es die rote Trude war hier, Eckart. Ja, aber es ist alles zu seiner Zeit, lieber Chabitz. Der designierte neue Chef der Post, Tobias Mayer, der steht erstmal für Kontinuität. Zum Jahreswechsel aber will er zusammen mit dem übrigen Vorstand die Planung für den nächsten Geschäftszyklus ab 2025 angehen. Das sagte Mayer in Telefonkonferenzen mit Medienvertretern und Analysten am Mittwoch nach Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal. Mayer ist Jahrgang 1975 und übernimmt dann am heutigen Donnerstag nach der Hauptversammlung offiziell den Stab von Frank Appel. Jetzt bitte nicht wieder singen, Chabitz. Der Appel hat den Konzern in den vergangenen 15 Jahren an der Spitze geprägt. So, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr Trude her habt. Das ist ein wunderbares Lied, ob ihr das gut findet oder nicht. So, ich komme jetzt hier zu einer Aktie, die wir ja schon häufig besprochen haben, First Republic. Die ist gestern wieder gehandelt worden und stürzte natürlich klar um 90 Prozent auf 0,33 Dollar ab. Also 33 Cent notiert sie. Und die Gegenbewegung machte eine Aktie eines Biotech-Unternehmens, nämlich Immunogen. Die legte 135 Prozent zu und in einer Studie von 453 Patienten, die bereits bei anderen Therapien so eine hartnäckige Form von behandlungsresistenten Krebs hatten, überlebten diejenigen, die das Immunogen-Präparat Elaher erhielten, im Durchschnitt deutlich länger als diejenigen, die es nicht hatten. Und das hat dann halt Fantasie auslöst, 135 Prozent plus. Und Albe Male, das ist eine beliebte Privatanlegeraktion, wir wissen, dass auch viele von euch die haben, die meldete ein solides erstes Quartal. Der Gewinn entsprach mit 10,51 Dollar je Aktie ungefähr den Erwartungen des Marktes. Aber der Betreiber von Lithium-Minen, der hat die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt, wegen der schwachen Preisentwicklung auf dem Lithium-Markt. Allerdings, die Aktionäre von Albe Male sind Kummer gewohnt, die Aktie daher nur ein Prozent schwächer. Stimmt, der hat zum Schluss schon zuletzt richtig kräftig eingebüßt, war ja fast in Chile, der Präsident gesagt hat, hier gibt es keine neuen Minen, sondern wir verstaatlichen das mal alles. Und das ist natürlich keine so tolle Sache. Etsy, das ist ja der Online-Selbstbastelhändler, die meldeten solide Aufwärtsentwicklungen bei allen wichtigen Kennzahlen. Also Gewinn pro Aktie, Umsatz, Take Rate, Käufer, Verkäufer, GMV, also Gesamtumsatz. Der Gewinn pro Aktie lag bei einem Dollar und das lag deutlich über den Prognosen von 77 Cent. Allerdings war der Outlook so ein bisschen gebremst. Das tat aber keinen Abbruch der Aktie, 2,6 Prozent höher. Und dann zum Schluss noch HubSpot. Auch die Aktie ist ja immer wieder mal bei euch ganz beliebt. Und ja, die meldeten ein relativ starkes Upside und die haben auch den Ausblick kräftig angehoben. Und deswegen war die Aktie im Vergleich zu anderen Cloud-Aktien, die ja teilweise geschlachtet worden sind, mit 3 Prozent sehr stabil. Ja, und dann noch ein Detail gestern. Da gab die Fondsgesellschaft Ökoworld, das ist die Firma, die hinter dem beliebten Ökoworld Klima steht, bekannt, dass sie die Strafgebühren für Klimakleber übernimmt. Also die sollen da einfach die Strafbescheide einsenden bei der Firma und bekommen dann das Geld erstattet. Und ich kenne mindestens einen Anleger, der daraufhin seine Anteile am Ökoworld Klima verkauft hat. Weil er der Ansicht ist, mit Gebühren aus dem Fondsvermögen, da sollen nicht noch Straßenblockaden der letzten Generation finanziert werden. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das seht. Tja, vielleicht ist es ja die neue Form des ESG, dass man jetzt versucht, da aktiv einzugreifen. Auf jeden Fall muss man sagen, der Fonds seit 2022 ein fetter Underperformer, minus 32 Prozent hat er gemacht. Und der MSCI World im gleichen Zeitraum minus 9, also schon deutlich, was man da an schlechter Performance sieht. Dann machen wir schnell, Termine, EZB-Sitzung ist heute, dir wird erwartet, ein Zinsschritt um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent beim Einlagensatz. Und der Einlagensatz ist ja derjenige, der euch auch sagt, wie viel ihr bei eurer Bank oder bei eurem Termin oder Tagesgeld kriegen solltet. Und dann gibt es Zahlen von Vonovia, BMW, Infineon, Henkel, Rational, Rheinmetall, Volkswagen, Zalando, Fraport, Elmos, Befesa, New Work. In Europa, Equinor, Arcelor, Mitte, Novo Nordis, da hatten wir ja schon die vorläufigen Zahlen, die waren ja so wahnsinnig gut wegen dieser Schlankheitsgeschichte. RTL und Ferrari und in Amerika gibt es Apple, Booking, Expedia, Kellogg, Monster, ConocoPhillips und Fortinet. Irgendwie warten die Börsen ja auf eine Art Erweckungserlebnis. Denn wenn man mal ehrlich ist, seit zwei Jahren ist mit den breiten Aktienindizes nicht mehr richtig was zu verdienen. Schon im Frühjahr 2021 stand der amerikanische Leitindex S&P 500 dort, wo er auch heute noch steht. Und seither gehen die Kurse in der breiten Spanne mal nach oben und mal nach unten und unterm Strich nüscht. Und das verhält sich auch nicht anders mit unserem geliebten MSCI World. Auch da hat man seit Juli 2021 unterm Strich nüscht verdient. Naja, jetzt ist aber die Hoffnung da, dass das ewige seitwärts ein Ende hat. Und die Augen, die sind da auf die FED gerichtet. Denn die US-Notenbank war es, die Aktien mit ihren harschen Zinsanhebungen seit mehr als einem Jahr das Leben schwer gemacht hat. Aber jetzt, die FED hat am Mittwoch zwar erneut den Leitzins erhöht, wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte, auf die neue Spanne von 5 bis 5,25 Prozent. Und das aber, das darf ich hier deklamieren, im Statement hieß es früher immer, es werde wohl noch weitere Zinsanhebungen brauchen, um die Inflation einzudämmen. Und jetzt haben die Währungshüter ganz neue Töne angeschlagen. Sie haben nämlich angedeutet, eine geldpolitische Pause einzulegen. Und damit wäre dann der aktuelle Zinszyklus, das ist ja einer der aggressivsten in der Geschichte der amerikanischen Geldpolitik, der wäre vorbei. Und da kommt die Hoffnung auf den Erwirkungsmoment. Sollten nämlich die Märkte mit ihren Erwartungen richtig liegen, haben Anleger gute Chancen, dass ihnen ein goldenes Aktienjahr bevorsteht? Das sagt zumindest die Historie. Ja, und die Historie, die Statistik, die ist da durchaus beeindruckend. Jeweils zwölf Monate, nachdem die Notenbank den Leitzins zum letzten Mal angehoben hat, statt der Leitindex im Durchschnitt 14 Prozent höher. Und es handelt sich durchaus um ein stabiles Muster. In den gut fünf Jahrzehnten seit dem Jahr 1971 gab es zehn große Zinsanhebungszyklen. Und lediglich zweimal, nämlich nach dem Zyklus von 1981 und jenem von 2000, funktionierte die Einjahresregel nicht so gut. In allen anderen Zwölfmonatszeiträumen nach dem Zinshoch, dem Peak, stellten sich an der Börse Gewinne ein, und zwar teilweise kräftige. Und wer etwa 1995 am Zinspeak einstieg, fand seinen Portfoliowert, also wenn man den S&P 500 nimmt als Maßstab, ein Jahr später um 39 Prozent vergrößert. Und wer im März 1980 zugriff, als die Fed den Leitzins gerade auf 20 Prozent gewuchtet hatte, konnte im März 1981, also ein Jahr später, auf ein Plus von 22 Prozent zurückblicken. Auch im letzten Zinszyklus funktionierte die Fed-Regel bestens. Eine Investition Ende 2006, also Juni 2006, um genau zu sein, da hat nämlich die Fed zum letzten Mal vor der Finanzkrise die Zinsen angehoben, wurde mit einem Kursgewinn von gut 20 Prozent belohnt. Und das Schöne an der damaligen Periode, auch damals lag das Zinshoch, so wie heute, bei 5,25 Prozent. Und frappierend auch noch, das geldpolitische Statement, das die Fed gestern nach ihrem Zinsentscheid veröffentlichte, das klang verdammt nach Juni 2006. Das war eine ähnliche Formulierung. Und wer jetzt davon ausgeht, dass die Fed beim gleichen Niveau Schluss macht, der weiß die Historie auf seiner Seite. Und das ist doch ein gutes Gefühl. Wobei man sagen muss, die Fed-Regel bedeutet nicht, dass die Kurse jetzt wie in der Schnur gezogen nach oben gehen. Schließlich bleibt ja die Unsicherheit bestehen, dass die Notenbank doch noch nicht ganz am Ende ist mit ihrem Zyklus. Und Anleger, die zu früh einsteigen, die müssen dann damit rechnen, dass ihnen die Börse möglicherweise eins auf die Nase gibt. Der Markt wiederum, der gibt relativ eindeutige Signale. Und die eindeutigen Signale wollte auch Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch in der Pressekonferenz nicht zerstören, als er da gefragt wurde. Bei den Leitzinsen preisen nämlich die Akteure schon für die Sitzung Ende September die erste Zinssenkung. Also dann soll es erstmal richtig die Zinsen gesenkt werden. Nicht nur Pause, sondern sogar Zinssenkung. Und weitere Lockerungen sind dann für November und für Dezember erwartet. Ja, aber jetzt noch ein Hinweis. Selbst sinkende Zinsen, die führen nicht zwingend zu steigenden Aktienkursen. Nämlich dann nicht, wenn sich die Notenbank gezwungen sieht, die Zinsen deshalb zu senken, weil die Wirtschaft in eine tiefe Rezession rutscht. Doch die Experten und auch Fed-Chef Jerome Powell rechnen allenfalls mit einer milden Rezession. Die dürfte den positiven Trend bei den Unternehmensgewinnen nicht sonderlich stören. Die Konjunktur darf also nicht zu stark weiterlaufen, sodass die Fed unerwartet zusätzliche Anhebungen vornehmen muss. Die Wirtschaft darf aber auch nicht komplett einbrechen. Denn dann würde die Ertragsbasis der Firmen bröckeln. Und da haben wir wieder das Goldlöckchen-Szenario. Wie aus dem Märchen, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Genau richtig. Gleichsam der goldene Mittelweg. Und allemal besser der goldene Mittelweg als ein ewiges Seitwärts bei den Kursen. Und wir haben auf jeden Fall mal zwei S&P 500 ETFs euch rausgesucht und packen die euch in die Shownotes. In praktisch jedem Podcast hier gibt es ihn, den Elefanten im Raum. Ein Thema, das wir praktisch nie konkret benennen, aber das bei allen Investmententscheidungen eine Rolle spielt. Dieser Elefant im Raum ist der US-Dollar. Der Dollar ist nicht nur die Währung, in der alle amerikanischen Aktien notiert sind. Klar, und damit zum Beispiel auch 67 Prozent aller Aktien im MSCI World. Und diese 67 Prozent, das sind übrigens zehnmal so viele Aktien wie die von der zweitwichtigsten Währung Euro und Yen. Dieser Elefant im Raum ist halt nicht nur die Währung, in der die meisten Aktien notiert sind, sondern, was ist der auch lieber, Chapitz? Es ist die wichtigste Handelswährung der Welt. Und wenn sich jetzt also dieser Elefant, und jetzt muss ich der schon singen, einmal Törö machen, jeder aus seiner Kindheit kennt das noch, wenn der Elefant sich in Bewegung setzt und Törö macht, also wenn er nach vorn stürmt oder zurückweicht, dann betrifft das jeden von uns. Und tatsächlich ist der Dollar so schwach wie seit März 2022 nicht mehr. Und das hat etwa zur Folge, dass der S&P 500 dieses Jahr auf Euro-Basis nur circa drei Prozent im Plus steht, während er auf Dollar-Basis rund sieben Prozent höher notiert. Ja, und vergleicht man das sogar mit dem Euro-Tief oder dem Dollar-Hoch. Von Ende September 2022 ist der Gegenwind für eure Dollar-Investments noch deutlich stärker. Da haben Dollar, Wertpapiere, Aktien wie auch Anleihen mehr als ein Zehntel an Wert verloren über die Währungsseite. Die Frage ist jetzt, ob sich der Greenback, so wird der Dollar ja auch genannt, weiter abschwächt. Unser Kollege Frank Stocker, der hat sich die Lage des Dollars mal angeschaut und einen großen Text darüber in der Welt am Sonntag geschrieben. Den hat er mit Dollar-Dämmerung überschrieben. Und was für eine Dollar-Dämmerung, also für eine weitere Abschwächung der US-Währung spricht, das sind die geopolitischen Verschiebungen. Dazu müsst ihr wissen, dass der Dollar seit dem Zerfall des britischen Empire als internationale Verrechnungswährung fungiert. War das 30er Jahre oder war das so in der Richtung? Edgar, du bist doch hier der Historiker. Es hat sich zwischen den 30ern und den 50ern hergezogen. Da war die Suezkrise, war da so der letzte Sagnage. Okay, aber in den 30ern ging es los und in den 50ern war das Fund dann Geschichte als Weltleitwährung. Und nicht umsonst, man sieht es auch an einem Gold- oder am Ölpreis, der wird ja immer in Dollar angegeben. Doch das ändert sich gerade so ein bisschen wegen der neuen Spannungen zwischen Ost und West und manchmal auch Nord und Süd. Die Volksrepublik China, die zahlt ihre Ölrechnung bei Saudi-Arabien neuerdings in Yuan, also der eigenen Währung. Indien will künftig Rupien für Lieferungen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nutzen. Und die im Staatenbund ASEAN zusammengeschlossenen südostasiatischen Länder planen ein eigenes Zahlungssystem. Die sogenannten BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die haben sich die Schaffung einer neuen Reservewährung auf die Fahnen geschrieben. Immer mehr Länder wollen weg vom Dollar, auch wenn jedes von ihnen dabei seine eigenen Beweggründe hat. Mit ihren Vorhaben und Handlungen stellen sie die Vormachtstellung des Dollar, seine Rolle im Handel, aber auch als Reservewährung infrage, so schreibt Frank. Und noch gibt es eine Dollar-Hegemonie. Etwa 10 Prozent des Welthandels entfallen auf die USA, aber mehr als die Hälfte des globalen Warenumsatzes wird in Dollar abgewickelt. Also da werden teilweise, wenn die Amerikaner gar nicht im Handel beteiligt sind, zwischen einzelnen Staaten trotzdem in Dollar abgerechnet. Und das ist schon phänomenal. Und wenn man sich mal die internationalen Währungsreserven anschaut, dann liegt der Greenback mit 58,4 Prozent sehr weit vorn. Und da kommt lange nix. Und dann kommt der Euro, 20,5 Prozent. Und danach kommt wieder lange nix. Und dann kommt der japanische Yen mit 5,5 Prozent der Währungsreserven. Das britische Fund hat noch fünf. Und der chinesische Yuan, so richtig der neue Dollar ist das nicht. Der hat nämlich nur 2,7 Prozent der Devisenreserven. Ja, und gerade wenn es um den Dollar als Reservewährung geht, da werden halt Vermögenswerte aufbewahrt, dann wird diversen Autokraten neuerdings mulmig zumute. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat der Westen ja rund 300 Milliarden Dollar, die der russischen Zentralbank gehörten, auf und auf westlichen Kontenlagen eingefroren. Moskau hat da jetzt keinen Zugriff mehr. Und es gibt Forderungen, diese Milliarden der Ukraine zur Verfügung zu stellen zum Wiederaufbau. Zudem wurde Russland vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Und das war vor allem für das Regime in Peking ein Fanalstaats- und Parteichef. Xi Jinping konnte sehen, was auch seinem Land im Zweifel blühen kann, falls er das von ihm als abtrünnige Provinz betrachtete Taiwan überfallen sollte. Und in der Folge verstärkt die chinesische Regierung ihre Tendenz zur Abnabelung und zum Aufbau eines devisen politischen Paralleluniversums. Ja, der natürliche Bündnispartner ist neuerdings Russland. Die beiden suchen innerhalb der Gruppe der BRICS-Staaten nach weiteren Allianzen. Und da stoßen sie durchaus auf offene Ohren, zum Beispiel beim brasilianischen Präsidenten Lula da Silva, den der traditionelle Anti-Amerikanismus der südamerikanischen Linken treibt. Dass jetzt der chinesische Yuan den Dollar in nächster Zeit komplett ablöst, das haben wir eben schon mal an einer Statistik gesehen, das ist relativ unwahrscheinlich. Denn im Gegensatz zu den USA verfügt die Volksrepublik über keine offenen Kapitalmärkte. Und diese sind zudem immer wieder dem direkten Zugriff der Regierung ausgesetzt. Und bislang ist der Yuan international weit von der Akzeptanz des Dollars entfernt. Dennoch scheint dem Dollar eine Schwächephase bevorzustehen, was auch damit zu tun hat, dass der amerikanische Staat inzwischen mit weit mehr als 31 Billionen Dollar verschuldet ist. Und die Politik sich Jahr für Jahr darüber kappelt. Und ja, selbst der Paul hat gestern gesagt, wir als Notenbank können auch nicht ausschließen, dass Amerika pleite geht. Und ihr als Anleger könnt euch diese Absetzbewegung von der Weltwährung Dollar und auch die Schwäche des Dollar zunutze machen, indem ihr mit Short-Produkten auf einen fallenden Dollar setzt. Die gleichen Produkte eignen sich auch zur Absicherung von Währungsverlusten eurer Aktien, Fonds oder Anleihen. Manche Finanzprodukte eignen sich nur als kurzfristige Wette, andere dagegen als langfristige Positionen. Das sind dann vor allen Dingen börsengehandelte Währungsfonds, sogenannte Exchange Traded Currencies, ETCs. Die könnt ihr meistens auch länger halten. Und diese ETCs, die werden auch mit Hebel angeboten, wodurch die Bewegungen am Devisenmarkt um einen bestimmten Faktor verstärkt werden. So gibt es etwa den Wisdom Tree Short ETC mit Hebel 3 oder es gibt auch noch einen Wisdom Tree Short ETC auf den Dollar mit Hebel 5. BKN stellen wir natürlich in die Shownotes. Das Problem bei diesen ganzen Short-Dingern ist, dass der Ausgangswert der Fonds täglich neu fixiert wird und wodurch sich dann die Kurse langfristig oft anders entwickeln, als es der Laie erwarten wird. Der wird ja erwarten, ich habe fünfmal Short, Dollar 1% Minus, Ding Minus 5, äh 5% Plus. Aber das funktioniert halt nicht so einfach. Manchmal weicht es voneinander ab. Ja und sogenannte K.O. oder Knockout-Zertifikate, die bieten sogar noch höhere Gewinnmöglichkeiten. Und auch Risiken, muss man sagen, die steigen, je näher der aktuelle Wechselkurs an einer individuell definierten Schwelle ist. Dann ist der Hebel umso höher. Durchbricht das Zertifikat oder der Kurs allerdings diese Schwelle, dann ist Schluss. Das Investment verfällt dann wertlos. Ein Dollar Short mit einem solchen Profil, das wollen wir hier noch erwähnen. Das ist ein Zertifikat vom Emittent Goldman Sachs mit der Wertpapier-Kennnummer GX8V8H und einem Hebel von 7. Und das ist futsch, wenn der Euro schließlich auf 0,95 Dollar zurückfällt. Und auch wenn jetzt das neue Währungssystem oder gar der Zerfall des Dollars noch in weiter Ferne liegt und viele auch sagen, wahrscheinlich wird es nie wieder so eine Wachablösung geben wie das mal früher der Fall war, wenn eine Währung zur anderen, sonst wird einfach ein Multipolares geben. Der Elefant im Raum, dem könnten schwere Jahre bevorstehen. Aber zum Glück könnte euer Porzellan in Sicherheit bringen. Und naja, es ist auch nicht ausgemacht, dass der Euro jetzt zu neuer Blüte kommt. Also möglicherweise ist der Euro und der Dollar schwach und dann andere und dann nützt es auch nichts. Also man muss jetzt nicht unbedingt gleich hier schreiben, oh, wie kann ich meinen MSCI World abhedschen? Sondern bei so einer Sache würde man einfach den so laufen lassen ohne Hedging. Und Gold gibt es ja auch noch. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA-at-welt.de, also AAA-at-welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Gerald hat uns geschrieben, und ich zitiere, ich höre auch einen Podcast fast täglich, meistens erst am Abend zum Feierabendbierchen, ist auch sehr sympathisch. Ich wartete schon gespannt auf eine Erklärung, was den Sturz des Ölpreises verursacht hat und was das für mein mittelfristiges Investment bedeuten kann. Leider kein Wort dazu. Vielleicht möchtet ihr das morgen nachholen, schreibt er, nachdem der Preisverfall offensichtlich weitergeht. Grüße aus dem verregneten Österreich, Gerald. Ja, und er hatte recht, der liebe Gerald, als ob man Hellseher wäre. Der Ölpreisverfall ist am Mittwoch weitergegangen und zwar richtig kräftig. Und das ist wirklich bemerkenswert, weil ja Anfang Mai jetzt die OPEC Plus sogar die Fördermengen gekürzt hat. Also was man halt sieht, dass es da irgendwie stärkere Kräfte gibt als die OPEC Plus. Und es ist halt am Markt so die Rezessionsangst, die umgeht. Das kann man auch schwer quantifizieren und sagen, deswegen kann man auch nicht jeden Tag rauf. Der Ölpreis ist sehr schwankungsfreudig und deswegen können wir auch nicht jeden Tag, wenn da was passiert, darüber berichten. Aber wie gesagt, wenn die Rezession nicht kommen sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Ölpreis auch wieder höher geht. Goldman Sachs sieht beispielsweise Preise von 90 bis 100 Dollar bis zum Jahresende. Also es kommt halt darauf an, wie jetzt die Konjunktur sich entwickelt. Und wenn ihr auch noch Fragen habt, lieber Eckert, dann sollen die Leute was machen? Eine Mail schreiben. Denn am Wochenende machen der Eckert und ich, weil wir es schon so gut gelernt haben. Nochmal eine richtige Q&A-Folge. Die heute war auch schon sehr lang, aber die fürs Wochenende. Da könnt ihr nochmal alles fragen. Was zum Beispiel Eckerts Dividendenportfolio macht oder was Eckert von Karnickel hat oder was auch immer ihr wissen wollt. Schreibt es einfach an www.trippel-e-at-welt.de und dann möglichst schnell, weil wir die Folge ja dann auch noch aufnehmen müssen. Und natürlich wollt ihr die Antworten nicht verpassen und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.